Wenn einer für zwei andere handeln muss oder nicht in der Lage sein, sich zu einigen. Wie oft geschieht es im Leben, dass zwei Menschen miteinander im Clinch sind, im Konflikt sind, sich streiten oder sich nicht einigen können, einfach nicht mehr bei der Sache sind, aus welchen Gründen auch immer, weil da plötzlich eine Laune ist, die sich reinsteigert und man kommt nicht mehr raus aus dieser Laune. Aus dieser vielleicht wechselseitigen Laune oder aus der Laune eines Menschen, die sich auf den anderen Menschen überträgt oder beide haben das, jedenfalls entsteht ein Clinch und das ist ja die Natur des Konfliktes und Konflikte sind ganz normal im Leben, sie sind in der Natur unserer Menschlichkeit, das möchte ich betonen an dieser Stelle. Aber was passiert da? Natürlich der Konflikt und natürlich, dass sich nicht einigen können, auseinander gehen, jeder sucht seinen Weg oder bezichtigt oder das Ganze steigert sich noch richtig hoch mit allem drum und dran, bis zur täglichen Auseinandersetzung und so weiter und so weiter. Aber wenn so ein Fall eintritt, wo dann ein anderer Mensch ist, der das mitbekommt, ich betone mitbekommt und es beobachtet und wahrnimmt und fühlt und all das und sich dann eben bereit erklärt, sich entschließt diesen beiden Menschen zur Seite zu stehen, weil er merkt, beide sind überfordert miteinander, obwohl vielleicht sogar beide die persönliche Kompetenz hätten, das zu tun, aber es nicht funktioniert. Und das ist im Leben wirklich ganz gewöhnlich und passiert immer wieder und man ist erstaunt, warum das so ist, weil man denkt dann, mein Gott, sind doch erwachsene Menschen und sie haben die Kompetenzen und Möglichkeiten, aber sie tun es nicht, sie scheitern einfach und sie drohen zu scheitern oder sind schon mitten im Scheitern drin. Dann kommt jemand Drittes und dieser Dritte fühlt sich angezogen von diesem Konflikt und handelt buchstäblich und denkt und fördert, was auch immer eben dann notwendig ist, das, was die beiden anderen nicht auf die Reihe bringen. Interessant. Dann denkt dieser Mensch für diese beiden Menschen, dann macht er Kompromisse, Vorschläge oder sogar richtige Direktiven, die dazu führen, dass die beiden sich wiederum einigen und diesem Dritten folgen, und das ist ja nicht nur ein Mediator, das ist ja schon mehr als Mediation, also eine Schlichtung, eine Konfliktschlichtung, kann aber auch innerhalb einer Konfliktschlichtung stattfinden, aber sie folgen dem. Vielleicht, wie gesagt, sehr direktiv. Und er sagt, mach so, mach so oder du machst Person A, du machst das so und Person B, du machst das auf eine andere Art und Weise. Und dann folgen die dem, weil sie sich diesem Menschen unterordnen und das ist eine Fähigkeit, die wir als Menschen immer wieder haben, allein durch unsere Hingabefähigkeit oder durch die Fähigkeit, dass wir blind vertrauen, dass wir geradezu blind vertrauen und auch blind vertrauen müssen, uns dann hingeben, etwas auf die Art und Weise annehmen, also die Unfähigkeit, die persönliche und die wechselseitige gemeinsame Unfähigkeit akzeptieren, um eben etwas Drittes geschehen zu lassen, also etwas, was außerhalb der wechselseitigen und wechselbezüglichen Kompetenz ist, oder eben auch was außerhalb der persönlichen Kompetenz ist. Das ist interessant, dass wir uns dann in einem solchen Szenario als Menschen auf so etwas einlassen. Und dass wir dem folgen. Und dass die dritte Person dann geradezu Spaß daran hat und erfüllt ist und die anderen beiden Konfliktpartner dann auch beflügelt geradezu und freudig macht, weil sie das eben für diese Personen regelt, die das eigentlich tun könnten oder vielleicht sogar sollten oder von denen wir das erwarten oder von denen das andere erwarten oder eben die betreffenden Personen von sich erwarten. Und diese andere dritte Person regelt das vollkommen alleine. Sie spaltet sich quasi auf und geht in diese Person mental hinein. Sie hat ein starkes Einfühlungsvermögen, ein starkes Mitgefühl, ein intellektuelles, rationales Verständnis, also ein Gesamtpaket von Befindlichkeit dieser Konfliktparteien und regelt das und durchschaut das vollkommen. Und auf diese Art und Weise nimmt dann dieser Konflikt einen wunderbaren Verlauf geradezu, indem er eben nicht mehr konflikthaft ist und die Sache sich dadurch auflöst und praktisch wirklich buchstäblich in Wohlgefallen auflöst, weil jeder etwas davon hat. Und dann ist das so passiert. Und ein solcher Sachverhalt oder eine solche Situation, ja nicht nur ein Sachverhalt, sondern eine solche Situation passiert in unserem menschlichen Leben immer wieder, interessanterweise. Sie passiert immer wieder. Aus welchen Gründen auch immer kommt es zu keiner Konflikteinigung und Konfliktgestaltungsmöglichkeit, trotz vielleicht sogar vieler oder vielerlei Bemühungen, aber es passiert nicht. Das ist einfach ein Phänomen. Also Phänomene zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach da sind und wir dann die Herausforderung haben, mit Phänomenen umgehen zu müssen oder umgehen zu können. Und dann tatsächlich erstaunlicherweise ein Mensch, der sich in Anführungszeichen angezogen fühlt von dieser Konflikthaftigkeit. Nicht, weil er sich aufspielt als Friedensrichterin oder so etwas und berufen fühlt und denkt, die kriegen das nicht auf die Reise, sondern ich betone, der oder diejenige ist angezogen auch von dieser Situation geradezu. Sie mischt sich also gerne in die Konflikthaftigkeit ein und sowas kann ja auch schlecht ausgehen, aber in diesen Fällen geht es oft erstaunlich gut aus, weil plötzlich eine dritte Person, vielleicht eine dritte Instanz, wenn wir es erweitern wollen in der Begrifflichkeit, etwas für Konfliktparteien regelt und zwar absolut regelt. Wie eine Vaterfigur, wie eine Mutterfigur, wie ein guter Lehrer, stell dir ein Lehrer, Lehrerin in der Grundschule vor und so weiter. Nicht wie ein Friedensrichter im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ja auch der Job von sogenannten Friedensrichtern oder Menschen, die dann eben richten. Das ist ja die interessante Aufgabe. Das Richten ist ja etwas, ich richte es, also ich rücke es wieder in eine Richtung, in der es eben für die Beteiligten bekömmlich ist und möglich ist. Und oft sind solche Richtersprüche sehr, sehr interessant und geradezu erlösend. Und wir leben vielleicht auch in einem Zeitalter, in dem man versucht, alles Konflikt zu schlichten, also zu vermitteln in dem Sinne, das ist ja der Begriff der Mediation. Und oft ist nichts mittelbar, weil die Betreffenden es nicht auf die Reihe kriegen, wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer. Das ist interessant. Und dann braucht es jemand anderes, der das tatsächlich tut und der das erstaunlich gut tut und wusste vielleicht vorher gar nicht, bevor er Kenntnis von dieser Sache hatte, von dieser Konflikthaftigkeit, dass so etwas möglich ist. Aber er hat jetzt starke Bezugsvermögen, Einfühlungsvermögen, Richtvermögen, um so etwas zu tun, erstaunlicherweise. Das heißt, wir haben als Menschen immer wieder diese Fähigkeit, darum geht es ja, für andere etwas zu richten, herzurichten, zu ordnen, zu ermöglichen, sie zu erlösen von ihrer Problematik. Das ist interessant. Das ist eine außerordentliche Fähigkeit, die wir als Menschen und vielleicht nicht nur als Menschen, das können auch Tiere ganz sicherlich haben und damit umgehen. Das ist wirklich außerordentlich, so etwas. Und das ist natürlich eine starke Kompetenz. Die hat jeder. Jeder Mensch hat diese Kompetenz. Ich kann nur Jugendliche heute einsetzen in Schöffengerichten, wenn es um Jugendlichenkriminalität geht, beispielsweise oder Verfehlungen, Rechtsverfehlungen geht, im Jugendstrafrecht. Und das wird auch so getan in Deutschland. Und dann setzt man Jugendliche ein, weil die natürlich unter ihresgleichen sind und die sich ganz anders einfühlen können, als ein Erwachsener, auch sonst noch pädagogisch bewandert oder bestallt und was weiß ich und spezialisiert. Aber die Kinder können sich tatsächlich selbst regulieren auf diese Art und Weise, indem dann oft auch Dritte als Richterinnen eingesetzt sind und das tun. Wenn einer für zwei andere handeln muss oder nicht in der Lage, sich zu einigen.